ja hallo da bin ich wieder schon spät ich möchte heute etwas ganz besonderes noch vorstellen hier in der langen nacht des wixing und zwar ich glaube es gibt ganz selten auf der welt meine damen und die porzellan gitarre ein wunderschönes stück von meitner porzellan wahrscheinlich hier ist die rückseite eine so schöne gitarre das ist für leute die sagen wir mal gar nicht gitarre spielen können es ist eigentlich ein muss solch eine gitarre zu haben eine porzellan gitarre die kann man ja eine schöne gitarre eine sogenannte porzellan hinlege gitarre von der firma porzellanfabrik porzellan sehr schön zwar ist ein geschenk ein geschenk eins meiner angestellten so das war es auch schon heute wieder bis gleich ich bin mehr müde jetzt